Was ist da denn los? Star Stable gönnt derzeit aber so richtig die Star Coins und mit dem neuesten Code erhöhen sie dann das ganze Kontingent an Star Coins, die jetzt zu Halloween rausgekommen sind, auf ganze 190 Star Coins. Denn zusätzlich zu den beiden 25 Star Coins Codes ist jetzt noch ein 40 Star Coins Code, nämlich auch noch ins Spiel eingebaut worden und dieser Code heißt More Room und bringt euch jetzt auch wieder, vor allem ist er gültig über die Halloween Feierlichkeiten, also auf jeden Fall auch nicht vergessen und zeitig einlösen, denn mit diesem Code bekommt ihr dann auch noch einmal 40 Star Coins und wir haben wirklich dann ganze 190 Star Coins komplett zusammen. Also muss man ganz klar mal sagen, crazy Aktion und ich glaube, dass es nicht bei diesen 190 bleiben wird. Es macht auf jeden Fall den Anschein, als hätte Star Stable da noch zumindest den einen oder anderen Code im Petto.